In fast jedem Haushalt oder Büro in der Schweiz findest du wahrscheinlich ein Produkt von Swisscom. Irgendwo klicken ein Telefon, wird ein E-Mail verschickt oder läuft Swisscom TV. Das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass Swisscom in Sachen ICT auf dem Schweizer Markt führend ist. Wir möchten die Menschen mit unserer Faszination für Technik und Innovation anstecken. Und wir möchten sie mit allem ausstatten, was sie für das digitale Leben brauchen. Jeden Tag sind wir mit Millionen von Menschen im Dialog. Was wünschen sich unsere Kunden? Diese Frage motiviert uns täglich aufs Neue. Heute kaufen sie Smartphones und buchen Cloud Space. Morgen möchten sie ihre Unternehmen mit der modernsten IT-Infrastruktur ausrüsten. Unser Job ist es, ihnen zuzuhören, ihre Wünsche und Bedürfnisse zu erkennen, sie zu beraten und innovative Lösungen zu präsentieren. Unsere Neugierde für neue Technologien ist das, was uns antreibt. Wir sehen diese als Herausforderung. Wir prägen neue Themen und entwickeln komplett neue Ideen. Nicht zuletzt geht es uns darum, zusammen mit unseren Partnern spannende Produkte auf den Markt zu bringen. Um unsere Ziele zu erreichen, legen wir Wert auf einen kollegialen Umgang untereinander, gemischt mit einer gesunden Potion Ehrgeiz. Wir sind ein Team und wir denken auch über unsere Grenzen und Strukturen hinaus. Zu hinterfragen und aktiv mitzumachen, gehört zu unserer Kultur. Genauso wie der Antrieb, weiterzukommen und dafür etwas mehr zu leisten. Damit wir alle Anliegen bestmöglich erfüllen können, braucht es sich hier. Jetzt wünsche ich dir viel Erfolg bei deiner Bewerbung und wer weiss, vielleicht schon, bis bald.